Juni, Feiertag, Geräder, zu viel Bewegung, zu viel Zeit, dieses Leid, wir leiden im Paradies. Wo ist die Zeit hin, denkt er mit Anfang 50 und dann merkt er, dass doch unglaublich viel erlebt war, mehr wie Zeit übrig ist, sich zu erinnern und dann weiß er, dass der Tag kommt, wo die Zeit noch mehr rast. Dieser Tag, dieser besondere Tag, der letzte Feiertag in deinem Leben und er wird mit viel, viel Glück nur eine Sekunde andauern.